Die Live Masterclass war für mich ein besonderes Erlebnis, war sehr emotional, sehr positiv emotional. Es hat schon was Mystisches, man merkt schon hier verändert sich was auf Deutschland, obwohl man noch gar nichts gemacht hat. Ich habe bei der Volksoffensive angefangen und das hat mir persönlich nicht gereicht. Und hier habe ich jetzt im Endeffekt das dann gefunden, was ich brauchte. Man kümmert sich halt um sich selbst und es ist halt auch anstrengend. Und ich finde es ganz ganz wichtig, dass wir halt die Coaches haben, weil bei manchen Fragen da wusste ich halt jetzt nicht, was ich sagen soll. Und wenn da zum Beispiel jetzt der Ralf oder irgendwer anderes nicht da gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch keine Lösung gehabt. Und ich merke einfach, dass ich jetzt durch die Erfolgsoffensive und jetzt in Verbindung mit der Live Masterclass die Themen, die ich mal im Nachgang für mich erarbeitet habe und bewusst gemacht habe, einfach nochmal tiefer legen kann. Also vor allem, welche Schritte sind für mich wichtig, um zu diesen Zielen zu kommen, die ich für mich entschieden habe in meinem Leben. Also für mich war es auch sehr bereichernd, vor allen Dingen partnerschaftlich. Ich finde es super, dass wir es zu zweit machen. Und es wird auf jeden Fall sehr viel bringen als Unternehmer-Sicht, dass man da halt wirklich mal ein bisschen tiefer reinschaut, wie die Menschen so tippen und was man da halt wirklich rausholen kann. Auch für einen selber selbstverständlich. Meine Botschaft an dich ist, folge nicht nur deiner Leidenschaft, sondern folge deinem Geschenk. Und dieses Geschenk in dir und in deinem Leben zu erkennen und daraus etwas Großartiges zu machen, darum geht es in diesem Seminar. Mega tolle Menschen. Also für mich ist die Atmosphäre immer unfassbar schön. Und das ist etwas ganz Besonderes irgendwie. Also ich kenne das so nicht aus der Umgebung und aus dem Leben. Und ja, ich glaube da nimmt man auch viele Freundschaften mit und man lernt auch viel von den anderen. Ich habe hier Menschen kennengelernt. Das würde ich so wahrscheinlich niemals machen. Ich würde die Live Masterclass jedem empfehlen. Als Einzelperson, als Paar. Vor allen Dingen als Paar. Meine Mutter habe ich auch ein Seminar geschickt vom Steffen. Meine Freundin war mit mir auf einem Seminar. Jetzt bin ich hier auf dem großen Seminar. Also ich würde es jedem empfehlen. Also es ist einfach rundum toll. Super. Ich würde sofort, also ich werde wiederkommen. Das gefällt mir total gut. Also wenn wir jetzt alle so kommunizieren würden, wie wir es hier tun, ich glaube da wäre die Welt deutlich, deutlich besser. Also wirklich eine große Bereicherung. Ich bin sehr dankbar dafür. Danke. Triff also jetzt eine Entscheidung für dich und für dein Leben und komm zur Live Masterclass. Lass uns gemeinsam auf eine spannende Reise gehen und dein Traumleben verwirklichen. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank. Ich hoffe mich. feminina 탭.